So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Mal wieder ein reines 3Nacht-Me-To-Talks-Video. Und wir müssen uns über eine Sache unterhalten, die wurde mir zugespielt per Instagram. Wenn mir bei Instagram nicht folgt, Link ist unterhalb des Videos in der Infobox. Das ist ein Artikel aus einer Zeitung. Ich kann hier leider nicht sehen, vielleicht habe ich aber zwischenzeitlich irgendwelche anderen Informationen bekommen, so dass ich sagen kann, aus welcher Zeitung. Ein Artikel darüber, wie schlecht doch die Handwäsche ist im Vergleich zur sehr guten Autowäsche in der Waschanlage. Und es ist einfach pur lächerlich, was da erzählt wird, wie ich finde. Da wird so viel in einen Topf geschmissen, was nicht hinpasst. Aber pass auf, hör zu. Zitat. Noch immer hält sich das Gerücht, Maschinenwäsche führe zu Lackschäden. Handwäsche sei für den Autolack schonender. Dabei wurde schon vor Jahren von Wissenschaftlern der Technischen Universität München untersucht, wie Hand- und Maschinenwäsche auf den Autolack wirken. Und nebenbei gesagt, wenn einer diese Studie kennt, die konnte ich nicht finden. Ich habe mir die Finger wund gegoogelt bei Google halt und geguckt, aber von der Technischen Universität München mit Handwäsche, mit Maschinenwäsche, mit Autolack in der Verbindung konnte ich wirklich leider nichts finden, weil diese Studie hätte ich gerne gesehen. Jetzt geht es weiter. Wer sein Fahrzeug mit der Handwäsche wäscht, legt den Grundstein zum Rost. Also wir können jetzt gerne mal in den Kommentaren machen. Mein Kanal gibt es hier seit 5, 6 Jahren. Ich weiß es gerade gar nicht ganz genau. Ich glaube sogar schon seit 6 Jahren, als ich meinen Z4 damals hatte und war der erste Kanal in Deutschland, der sich wirklich ausführlichst um die Autohandwäsche gekümmert hat. Und ich habe bei keinem einzigen Fahrzeug, das ich auch davor schon über Jahre hinweg per Handwäsche gewäschen habe, irgendeinen Rost gehabt. Gar nichts. Aber schreibt mal in eure Kommentare. N gleich 1 soll nicht reichen. Das können wir hier definitiv erhöhen. Weiterhin, das Interferenz-Mikroskop zeigt deutlich, was die vielen Handwäscher nicht sehen können. Aus der glatten Lackoberfläche wird schon bald eine Kraterlandschaft mit tief eingeschnittenen Tälern. Also wie ihr wisst, ich war ja beispielsweise bei Dr. Wack und bei anderen Herstellern und da haben wir uns auch mikroskopisch die Lacke angeguckt. Also sowas habe ich nicht feststellen können nach der Waschmethode. Vielleicht ist das hier darauf bezogen und wird wieder mal verallgemeinert oder die falsche Begrifflichkeit verwendet, weil eine Handwäsche, klar, wenn du einen schlechten Schwamm nimmst, wo Dreckpartikel, Sandkörner und so weiter über den Lack geschoben werden, das ist auch eine Handwäsche. Aber gerade deswegen sage ich ja zum Beispiel, das muss ein richtiges Shampoo verwendet werden, das muss ein guter Waschhandschuh verwendet werden und eben kein Schwamm. Ich kann es mir anders nicht erklären, denn, sie schreiben mir weiterhin, durch den Dreck, vor allem durch feine Sandkörner, ist der Lack in kurzer Zeit zerschrammt und zerkratzt. Könnte wirklich nur unter der Bedingung so ablaufen, man wäscht irgendwo am Strand und dann mit dem Waschhandschuh eben nicht, sondern mit einem Schwamm. Mit zunehmender Wäschezahl schließt sich das wirre Netz von Vertiefungen, Riefen und Furchen immer mehr. Nur eine, jetzt kommt's, die Wortwahl ist der Knaller. Also hier versucht man ganz klar, eine gewisse Wirkung zu erzielen, habe ich das Gefühl. Nur eine radikale Politur, bei der die obere Decklackschicht eingeebnet wird, lässt den strapazierten Lack wieder glänzen. Also erst mal, radikale Politur, das kommt ganz klar darauf an, welche Politur man mitnimmt. Da nutzt man zum Beispiel eine Menzerna oder eine Sonax. Das hat nichts mit sonderlich radikal oder so zu tun. Wenn du anständig polierst, dann wird oben von der Klarlackschicht was abgetragen. Klar, wenn du natürlich einen Unilack hast oder auch einen Farbenlack und so weiter, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber generell ist das so übertrieben hier dargestellt, also ganz schlimm. Und jetzt kommt's, bei der maschinellen Wagenwäsche entstehen solche Probleme nicht. Jetzt kommt nämlich der Punkt, hier wird die Wagenwäsche in der Portalwaschanlage und sonst wo als das Ultimum dargestellt. Auch nach 25 Wäschen, das entspricht dem Durchschnitt zweijähriger Autopflege, sind unter dem Mikroskop keine tiefen Kratzer zu sehen. Nee, aber Waschkratzer des Todes und Swirls ohne Ende. Der von der Maschine gewaschene Lack ist selbst nach starker Beansprung und nach noch nahezu eben. Also ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr davon haltet. Ich finde das einfach nur hart lächerlich. Ja, und jetzt muss man, ne, dazu rufe ich ja auch in meinem anderen Kanal, dem Olli-Kanal, verlinke ich euch hier an der Stelle immer wieder mal auf. Man muss immer überlegen, wer schreibt sowas? Wer gibt eine Studie, einen Auftrag etc.? Das sind wichtige Fragen, die man an der Stelle stellen muss. Und hier steht ja so drei großen Buchstaben B, T, G drunter. Ja, und das sagte mir erstmal so nichts, da habe ich erstmal gegoogelt und B, T, G scheint wohl der Bundesverband Tankstellen und gewerbliche Autowäsche Deutschland e.V. zu sein, wenn ich das richtig rausgefunden habe. Und das ist ganz klar, das ist ein Interessensverband, der Bundesverband Tankstellen und gewerbliche Autowäsche Deutschland, die machen wohl gerade hier, was weiß ich, so eine Aktion und möchten die Waschanlagen bei sich, bei den Tankstellen irgendwie ein bisschen promoten. So habe ich das Gefühl. So empfinde ich das Ganze. Und dann ist es natürlich klar, wenn gegen die Handwäsche irgendwie gewettert wird. Anders kann man das nicht wahrnehmen, wie ich finde. Ja, Leute. 300 MeToo Talks Video hier an der Stelle, mal ein ganz anderer Bereich. An der Stelle nochmal Hinweis, mein Autopflegebuch, moderne Autopflege, was ich zusammen mit dem Martin von den Waschhelden geschrieben habe, ist in der zweiten Auflage jetzt erhältlich. Ihr könnt gerne mal bei Amazon die Bewertungen dazu angucken. Es sind auch die einen oder anderen lustigen drin, wenn da ein Kandidat geschrieben hat. Seit ich mit dem Buch das Auto wasche, habe ich gerade seinem Lack. Also ich glaube, der geht wirklich mit dem Buch da drüber. Das ist nicht so das Prinzip dieses Buches. Hier ist alles ganz detailliert drin. Wer es bei der ersten Charge nicht bekommen hat, jetzt ist es in der zweiten Auflage verfügbar. Der Link ist unterhalb des Videos natürlich in der Infobox. Einfach mal reingucken und da können das euch bestellen. Meist verkauftes Autopflegebuch dank euch, dass es in der deutschsprachigen Variante gibt. Dementsprechend Daumen hoch fürs Video. Es freut mich auf eure Kommentare. Haut rein. Bis zum nächsten. Ciao, ciao.